Liebe Gemeinde, ich begrüße euch zu unserer heutigen Möbelmesse. Ich bin stolz, dass ihr alle auch diesmal wieder hierher gefunden habt. Den Weg kanntet ihr ja nun schon. Und ihr hört ja auch zu tanzen. Tanzen kommt später. Und ja, nun lasst uns einfach beginnen. Und zum Anfang, wie immer, gemeinsam unsere Glaubensbekenntnis ablegen. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Der Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Gebärende des fairen klingenden Himmels und der evolutionsfreien Erde. Die Gebärende des fairen klingenden Himmels und der evolutionsfreien Erde. Ich glaube an Bobby Henderson, seinen Propheten. Ich glaube an Bobby Henderson, seinen Propheten. Empfangen durch das World Wide Web. Empfangen durch das World Wide Web. Geboren von seiner lieben Mama. Geboren von seiner lieben Mama. Gelitten unter Kreationisten. Gelitten unter Kreationisten. Genervt, gelangweilt und veralbert. Genervt, gelangweilt und veralbert. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Seine Website angegangen. Seine Website angegangen. Sitzend vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Sitzend vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Von dort wird er kommen, zu parodieren die Dummen und Trögen. Von dort wird er kommen, zu parodieren die Dummen und Trögen. Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafari-Tum. Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters. Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters. Vergebung der Torheit. Vergebung der Torheit. An den Biervulkanen und an die Stripperfabrik. An den Biervulkanen und an die Stripperfabrik. Amen. So, so lassen wir uns denn in unserer alten Tradition, unserer heiligen Reliquien vom alten Gastgeber übergeben. Ich bitte darum. Ich danke dir, Bruder Spaghettius. Hiermit überreiche ich dir unsere heiligen Reliquien. Als da wären, diese Flasche, die nach unserer Gründungsversammlung gefunden wurde im Gras, sie beinhaltet einen Teil seiner nunigen Anhängsel, sowie ein Mundhygieneinstrument, das es bei seiner überstürzten Flucht am nächsten Morgen, als es sich an zu viel Bier aus dem Biervulkan gelabt habe und dann schnell wieder verschwinden musste, zurückgelassen hat. Wir preisen dich, Bruder Flasche. Amen. Des Weiteren diese Flagge, sie wehte bei eben jener Gründungsmessung hoch am Himmel und wie wir später auf einem fotodokumentarischen Beweismittel erkennen konnten, wurde sie eindeutig von einem seiner Anhängsel gestreift. Daher ist auch sie zu einer unserer Reliquien geworden. Wir preisen dich, O Flagge. Raben. Und nun unsere vielleicht wichtigste Reliquie. Auf jeden Fall das größte Wunder. Diese Flasche wurde mitgebracht von Bruder Makaronski zu einer unserer Messen. Zum Verzehr. Zum Verzehr. Jedoch wurde sie nicht geöffnet. Auch auf der nächsten Messe, zu der sie weitergegeben wurde, wurde sie nicht geöffnet. Selbst die dritte Messe überstand sie in tadellosem Zustand. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Da muss das Monster seine Anhängsel im Spiel gehabt haben. Von daher ist auch dies eine unserer Reliquien. Wir preisen dich, O geschlossene Rumpflasche. Und wir preisen unsere Schwester Elis Spirelli, die gerade in so ausdrucksvoller Weise nachgewiesen hat, dass bei uns das Weib in der Versammlung nicht zu speiten, sondern sogar den Zäbel führen darf. Ich bitte euch alle nun zu unserem heiligen Abendmahl. Nudel von seinen notwendigen Anhängseln. Wenn du dein Antlitz ab von mir dein Gesicht wird in seiner Worte in der Rahmen. Rahmen. Nudel von seinen notwendigen Anhängseln. 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 Nudel von seiner notwendigen Anhängseln. Nudel von seinen notwendigen Anhängseln. Nudel von seiner notwendigen Anhängseln. Nudel von seinen notwendigen Anhängseln. Nudel von seinen notwendigen Anhängseln. Nudel von seinen nutigen Anhängseln. ...Ramen. ...Ramen. Bier von seinem... Du hast schon genug. Na gut. Bier von seinem Biervulkan. ...Ramen. ...Ramen. Ist noch was drin? Bier von seinem Biervulkan. ...Ramen. 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 Bier von seinem Biervulkan. ...Ramen. 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 Bier von seinem Biervulkan. So lasst uns dann zum Abschied, bevor wir an die von unserem Gastgeber wohlgeteilt sind. So lasst uns dann zum Abschied, bevor wir an die von unserem Gastgeber wohlgeteckten Tafeln schreiten, noch unser Monster Unser sprechen. Kommen wir alle bitte mit rum. Monster Unser, dass du bist im Himmel, geheiligt werden deine Anhängsel. Deine Piraten kommen, deine Soße geschehe, wie im Himmel, so auch auf hoher See. Unser täglich Pasta gib uns heute und vergib uns unsere Reißkugeln, wie auch wir vergeben den Kartoffel-Essern. Und führe uns nicht nach Kenses, sondern erlöse uns von den Fundamentalismen. Denn dein ist die Soße und der Käse und die gleiche Müsse in Ewigkeit. Amen. So lasst uns dann zum Mal schreiten. Juhu! Arf! Arf!